Und willkommen im Kriegsgebiet hier. Explodiert alles um uns drum herum. Wir sollen irgendwelche komischen Stationen zerstören oder sowas. Irgendwelche Transmitter. Ich denke wir machen das jetzt mal schnell, bevor ich hier noch weiter... Au, auf den Deckel kriege. Das ist ein guter Plan. Ja. Brick ist dort hinten. Ich gucke mal, was der uns zu sagen hat. Und Brick haben wir in der letzten Folge quasi zu unserem Team hinzugeholt. Genau. Und jede Menge kritischen Schaden. Oh, der Wasch und Down. Habe ich nicht gesehen. So. Da hinten kommt was Holtes. Irgendwas muss man hier zerstören. Ich sehe es auch gar keine. Oh, da hängt einer fest. Ja genau, da fällst du mal auf den Boden, Kollege. Genau. Sehr schön. Ach, ne. Oh, eine MP5. Na, die brauche ich nicht. Eine MP5. Oh, die Munition, die ist schon wieder fast am Ende hier. Ja, das hat diese Schwierigkeiten. So an sich. Und die Mörser-Transmitter warten immer noch auf uns. Und ich brauche dringend Munition, Dr. M. Äh, ich glaube, hier oben sind wir brauchen, ich brauche Kisten. Ich gucke mal, ob es das gibt. Ja, versuche mal was zu looten hier. Loot, ist auch mal schön. Loot, loot, loot. Und ich kämpfe nicht mal hier ins Mörser-Gebiet rein. Oh, sehr schön. Kiste geht auf, aber... Deckel versperrt uns den Weg hier. Hilf mir den Transmitter zu zerstören. Sind wir achtet von das Mörser-Gebiet. Okay, Break, ich komme im Moment. Und da ist der Transmitter. Der erste Transmitter ist down. Oh, meine Schilder auch. Scheiße. Mal hier reinschauen, ob es hier noch Munition gibt. Kisten. Kisten, Kisten über Kisten hier. Shotgun-Munition war jetzt eine ganze Menge dabei. Oh, das ist gut. Ja, 36 um 9 Uhr. Gan-Lotter. Oh, ich sehe keinen. Ah, unter dir. Au, au, au. Feuer. Oh, und ich bin down. Kriegst du einen? Moment, schau ich das. Ja, lass mal den Gan-Lotter übrig. Ich tue so nur an Schnipslein-Slex. Ach so, dein, ja, richtig. Ich tue so nur ein bisschen... Lass mich nachla... Ich habe nie getossen. Okay, neben mir war noch einer. Okay, sehr schön. Guck mal, das ist hier Berichterstattung aus dem Kriegsgebiet. Von allererster Front, würde ich sagen. Wir machen hier... ...neun, neun, neun Sender, neun Nachrichten-Sender auf Pandora. Damit das das Hyperion Truth Broadcast Network nicht die einzigen Sünde hier... ...Lügen verbreiten können. Also, ich meine, die Wahrheit über uns verbreiten können. Genau, und das nennen wir dann Al Jazeera TV. Genau. Also, von hier oben sieht das richtig genial aus, kann ich dir sagen. Da, wo ich nichts treffen kann. Hier gibt es noch ein paar Kisten, Moment. Ja. Irgendwo, dort ist noch ein Transmitter. Au, oh, okay. So viel zum Thema, wo mich nichts treffen kann. Natürlich kein einziger Feind in Rundsäger. Brauchst du Hilfe, wenn ich komme? Ja. Wir sind dummerweise... Oh, genau, diese Transmitter von den Mörsern. Ah, Gott, das ist auch schön. Und wiederbelebt. Oh, weg. So, Schalttransmitter. Aber jetzt mal Munition. Shotgun-Munition. Und du hast gleich noch einen Ammo-Shop. Sehr schön. Ist hier was los? Nö, da können wir mal fix mal einkaufen gehen. Zum Shoppen ist immer Zeit. So, genau. Trick macht ja ganz schön betrieb, kann ich schon sagen. So, alles voll. Ein badass Lothar. Au, der ist sehr badass. Moment. Ah, komm, da habe ich mit einem Raketenwerfer aus drei Meter Entfernung noch und hat daneben gefasst. Sehr schön. Muss man erst mal schaffen. Ist ja nicht so, dass die... Oh, hä? Der hat wieder voller Energie. Was moll ist. Nö, das ist mal ein Punkt. Rund, Rund. Ich habe auch einen Klassen-Mod gefunden, aber der ist für diese Riege. Oh, das bist ja du. Du stehst ja auch gut. Du stehst ja auch gut. Du stehst ja auch gut. Du hast es wieder nicht gesehen. Ich muss nur gerade irgendwas Sinnloses loswerden. Komm, jetzt noch Geld. Genau, das nehmen wir mit. Wer weiß, wofür wir das hier noch brauchen können bei Borderlands 2. Handsome-Check ist schließlich noch nicht erledigt. So, das war ja einfach. Folge Porik. Genau, wir folgen ihm auf Twitter. Der postet immer so Katzenbilder und soll ich sagen. Ganz komisch. Naja gut, das Internet ist ja sowieso für Katzenbilder und den Rest weißt du ja, ne? Borderlands. Borderlands, genau. Und da hat Dr. M einfach unverfroren gelogen. Mach ich, mach ich nicht. Also dieser, diese fliegende, nervende, jetzt. Gut. Ja, der ist dauernd, der Helikopter. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir auch. Und dann tun wir das doch. Wieder zurück hier durch den Schlangenschädel. Was bist du denn für ein Kunde? Ah, das Brick. Entschuldigung. Steht ja hier da, ne? Mit verschränkten Armen ist das auch so eine unkommunikative Haltung, die er hier an den Tag legt. Ah ja, der ist halt ein bisschen genervt. Oh, und ich kann einen Fähigkeitenpunkt vergeben. Das mache ich mal ganz schnell. Ah. Ganz schnell. Das dauert nicht lang bei Klausi. Wir haben ja hier einen Weg, den wir einschlagen wollen. Und zwar Ansturm. Zack, zwei von fünf. Und weiter geht's. Und dann geht's jetzt erstmal nach Hause. Auf nach Sanctuary. Home, sweet home. Moxys. Moxys. Und ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen Waffen verkaufen vielleicht. Dann gucken wir mal, was es da gibt. Weiß gar nicht, ob ich das muss, Waffen verkaufen. Ich habe noch einen Platz im Rucksack hier. So was, dann hast du irgendwas falsch gemacht. So, du musst, ne, du musst ja, ja, dein Quest abgeben. Ich muss mein Quest abgeben, dann mach mir das. Und währenddem du das machst, verkriege ich mich mal kurz in meine Audio einstellen. Ja, verkriege ich einfach mal, Dr. M. Die kann ich noch nicht nutzen, die ist Level. Ach doch, Level 20, bin ich ja jetzt. Aber die war nicht so gut, glaube ich. Oder die, 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 die war nicht so gut. Die hauen wir raus. Was ist das? Queenie Outen. Ach, so einen Trick brauche ich überhaupt nicht, ey. Hau ab hier. 1600, 500 und 500 und bla bla. Ach, nö, komm, mach jetzt mal hier die Story. Das ist jetzt irgendwie alles viel zu doof. Mach du, mach du Story. Und wieder die Tür voll ins Gesicht bekommen. Die Treppe hinauf. Ah, Treppensteigen ist kompliziert. Und ich könnte wetten, da wartet wieder jemand auf dem Balkon hier. Genau, und habe ein Schwätzchen. Ja, da gab es eine, äh, ein bekanntes, äh, weltliterar, bläh, 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 weltliterarisches, ähm, Etwas? Etwas, okay. Hätte nie gedacht, je wieder hier zu sein. Bei unserem letzten Treffen schienst du nicht sehr begierig, mich wiederzusehen. Die Zeiten ändern sich. Wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können. Selbst von einem blutrünstigen Psychopathen. Wer hat dich so genannt? Jack? Nein, du. Vor drei Jahren. Oh, tut mir leid. Schön, dich wieder an Bord zu haben, Brick. Schön, wieder hier zu sein. Küsschen, Küsschen. Hahaha, ernsthaft. Und da ist die Chaos-Truppe wieder vereint. Ja. Und ich meinte, mit dem literarischen Ausflug, meinte ich, ah, jetzt habe ich es doch wieder vergessen. Verdammte Angst. Ah, Romeo und Julia, genau. Da gab es diesen, diesen Balkon in Florenz, glaube ich. Die Eule? Nee, der, 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 wer war das? Das sagt er genau. Genau, und ich weiß ganz genau, dass er im Deutsch-Leistungskurs nicht aufgepasst hat und nicht weiß, wovon er will. Ey, Roland. Dein Fragezeichen über dem Kopf. Das sieht scheiße aus. Machen wir das mal weg. Genau. Stoppe den Hyperion-Mörser-Beschuss. Das haben wir alle nicht. Eine Belohnung für uns. Und dann klotzt er mich wieder so böse an. Das ist herrlich. Meine Fresse, der Typ, ey, der rockt die Scheiße fett. Und ich kriege entweder einen blauen Raketenwerfer oder einen blauen Schild mit 1025 Kapazität. Aber ich nehme den Schild. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man durch die Tür kommt, die sich nur für Jack öffnet. Entschuldige die Störung, aber die Zeit drängt. Begib dich in den Ort Opportunity. Die letzte Tür zu meiner Loge kannst du nur als Jack öffnen. Das heißt, du musst einen Bio-Scan bestehen und ein Passwort mit seiner Stimme sprechen. Wenn du eines von Jacks Doubles in Opportunity töten kannst, dann kann ich dich durch die Tür bringen. So ungern ich es auch zugebe. Angel ist die beste Hilfe, die wir haben. Du weißt ja schon, dass du ihr nicht trauen kannst, aber... Richtig. Hm. Sei vorsichtig. So, und die anderen Personen hier aus dem Vierer-Krüppchen, aus der illustren Runde, die haben auch noch alle Fragezeichen auf dem Kopf. Dr. M, was denkst du ansprechen? Oh, wir können ja mal gucken, was sie zu sagen haben. Aber da gehen wir erst mal zur süßen Lilith. Propaganda ist scheiße. Sagen sie. Jack bombardiert sämtliche sechs Galaxien rund um die Uhr mit Propaganda, um die Leute dazu zu bringen, sich in der großkotzigen Stadt niederzulassen, die er gerade baut. Du wirst ihnen zeigen, was für eine blöde Idee das ist. Leid ihr Moxis Camcorder? Und das klingt fast nach einer Art Nebenquest hier. Wollen wir diesen einschieben? Können wir machen. Wie sehen die Levels aus? Vielleicht. Wo finde ich das denn raus? In der Questliste. Und die Questliste, da stellt er mich wieder voraus, wo du... Da steht irgendwo dann, wenn du draufklickst, welches Level das jeweilig ist. Ah, Level 21 bei Heimvideos. Und das andere von Roland ist auch 21. Schwierigkeit hart und Schwierigkeit hart. Macht also keinen großen Unterschied. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir vergessen haben? Und was wir machen müssen? Na, die zwei anderen Kandidaten, die hatten hier da... Unge hatte auch noch ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ich kann auch noch mal ansprechen hier. Hallo, Unge. Zeit für einen Alktransport. Ja, super, Unge. Und Schwierigkeit normal. Vielleicht sollten wir das zuerst machen. Mordecai dürstet es nach Rache. Na, geht klar, Unge. Das machen wir sofort. Also, die Quest annehmen. Ja, wo ist sie denn, die Quest? Wo ist sie denn? Anonyme... Ach, anonyme Raka-Huniga steht hier. Genau, nimm Bierflaschen auf. 0 von 10. Das machen wir. Und zwar, wo ist die Quest? Also, was jetzt? Haben wir da irgendwo in der Mitte der Karte? Pfandsammeln gehen. Super. Genau, Pfandsammeln gehen. Ich nehme schon mal die Quest an hier. Und das sieht aus wie eine Schnellreise, die auf uns wartet. Na dann, auf geht's. Moment. Genau. The Dust. Ah, dann kommen wir wieder zu unserem Schnucki. Ah, sag jetzt nicht, Ellie wartet wieder auf uns. Oh Mann, da habe ich doch ganz böse Erinnerungen daran. Und da ist sie schon dabei. Sie zieht sich über dem Platz. Die hat auch noch was für uns. Hey, Ellie. Wir kommen zurück. Grüß dich. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und ja, natürlich, wir helfen gerne schon alleine wegen deines Herzl-Tattoos. Hast du diese Kühlerhauben-Ornamente gesehen, die die Ho-Dunks von mir gemacht haben? Ich glaube, die wollen sich über mich lustig machen, aber das Design ist spitze. Kannst du ein paar von ihren Karren schrotten und mir welche von diesen Ornamenten bringen? Ja, nichts lieber als das eigentlich, ne? Schau mal ein Auto. Schau mal ein Auto. Aber wobei unsere Fahrskills hier, ne? Ich habe da Beschwerden gehört. Ich habe da auch Beschwerden gehört. Und da haben einige hier kommentiert. Ja, gut, lass mir das mal sein. Gut, komm, steig ein. Ich habe den mit der großen Kanone genannt. Oh, das ist gut. Ah, der hat ein anderes Hut hier. Oh, aber Raketen. Sehr schön. Da ist er. Und. Oh. Ich darf mich nicht ablenken lassen hier. Ich muss treffen. Zweier. Und wartsch, wartsch. Und die Nachleidegeschwindigkeit hier von den Raketen, die ist ganz schön heftig. Wie brauchen wir denn eigentlich 6 an? Oh, nein, Alter. Oh, wir sind hier kurz vor dem... Ja, 6 an. Hm, Moment. Ja, ich wollte das weggehen. Ich wollte gerade sagen, wir machen das zu Fuß. Das geht einfacher. Ich versuche den mal ein bisschen anzuknackern. Oder kriegst du denn den Hubi? Nee. Ja, komm, nimm den. Den Hubi habe ich nicht. Ich nehme den Technical. Sehr schön. Und down. Ja, der Hubi ist immer noch da. Mach ich mal platt. Und da schützt er ab. Da geht er zu Boden. Oh, da kommt der nächste Technical. Um zu passen. Wow. Und die hast du geschickt. Achso, du hast immer noch deine mit Explosionsschrauben. Ja. Nur meine ganz normale. Ja, extra ausgebuddelt. Ist doch die, oder? Die lila? Ich glaube, ja. Müsste ich jetzt gucken, da habe ich auch keine Lust drauf. Du könntest eigentlich mal, weil du hier so scheiße zusammengefahren hast, mal ein neues Auto holen. Ach komm, wir sind doch fast. Das mal so als Tagesaufgabe für Dr. M. Musst du doch hinterlatschen. Kommt dann nächste Woche im MDR bei Mach dich ran. Ja, ich habe schon den nächsten. Ah, nee. Das war dann ein Bass. Ja, den kann man überfallen. Das war dann ein Buss. Das war dann ein Bang-Bass. Irgendwann, da werden wieder einige Zuschauer gegrinst haben. Aber nicht die 13-Jährigen, die verstehen das noch nicht. Oh. Genau. Dann ist ja Peggy18 hier die Folge. Irgendwo hier hinten gab es nochmal einen... Achso, da drüben. Da gab es nochmal einen Spawnpunkt. Genau. Ich hätte erwartet, dass wir... Ah, da fährt er was. Okay, kriege ich nicht. Und wir laufen im Moment gerade getrennte Wege hier. Werden wir es trotzdem schaffen. Wird diese Folge ein Ende haben? Ich vermute mal ja. Oh, hey. Sie hat zumindest... Sie hat zumindest... Guglianz, vielleicht kann ich schon sagen. Gut. Ein beschissener Killer-Marauder hier. Overtsch, overtsch. Ja, ich bin da und... Verdammte Angst. Aber den schaffe ich, wenn ich ihn sehe. Da ist er. Den kann er. Jawoll. Gut ducken. Kann ja wohl nie wahr sein hier. Spinnt wohl. Okay. Schön auf dem Helikopter hier. Nein, noch ein Schatz. Nein. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Das ist ja schön. Und weg ist er. Sieht er, er ist gegen Felsen geflogen. Jeder Vollidiot. Na, hier rennt schon ein Bunden. Ich bin auf Wäscher. Nein. Wir haben ja noch den Raketen her, was ich ja ganz vergessen hier. Und die Shotgun mit Slack. Tut dich eigentlich froh? Ne. Das ist auch ungefähr. Moment. Gut. Das war schön. Und gelevelt. Wow. Und da fliegen fünf Kollegen hier rum. Aber gut. Keine Fresse. Gut gesorgt auf der Kiste. Da kommt einer. Am besten einer von uns stellt sich als Beet hin. Dann gehen wir nachher an. Gut. Und der nächste ist down. Ich habe gerade irgendwo noch was dort hinten. Ah. Flüchtet. Und das wieder diese Tankstelle, die wir ja schon kennen. Oh, sie hat gerade was von Titten erzählt. Habe ich das richtig gehört? Sicher. Okay, ich war gerade kurz abgelenkt, ja. Aber an der Tankstelle war auch im Shop, da kann ich mich mal aufmunizieren. Im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall. Ja, es gibt Titten in dieser Folge. Hey. Alice Titten. Ja, die reichen auf den Boden. Aber dafür immer schön viel Schatten bei Alice. Weg von der Karawane. Ach doch dann. Oh, da kommt eine Karawane. Eine ganze Karawane hier von den Vögeln. Karawane. Oh, hey. Oh, ich bin down. Die haben mich angefahren. Ja. Ach nee, das ist der. Ah, okay. Das ist jetzt der, der wir überfallen können. Also den, das versuche ich jetzt mal. Ich hoffe, dass du irgendwas hast, was du töten kannst. Ja, ich bin, ich muss ein neues bauen. Okay. Ich komme irgendwie, versuche irgendwie wieder zurückzukommen. So, ich versuche jetzt mal, den Typen herzubeklauen. Und da ist noch ein Spinnenvieh. Ja, das ignoriere ich jetzt mal. Ein sinnloses SMG und ein sinnloses Sniper. Schade. Wenn du die Karre haben willst, kannst du die haben. Die dürfte sich reparieren, wenn du dich reinsetzt. Naja, aber hier sind mehrere sinnlose Spinnenviecher und ich komme da nicht rein. Ich habe keinen Punkt. Nein, nein, nein. Hier, unsere. Die hier. Wo bist du? Hier, hinter dir. Ah, okay. Die dürfte, also die Autos reparieren sich quasi noch eine Weile von alleine. Ja, wenn du stillstehst. Genau. Dann steig ein. Nein, nein, nein. Mach du. Schieß du. Lass dich gleich zwei werfen und ich kann dich auch noch mit erzielen. Genau, und da können wir ehrlich das mal ausprobieren, was der YouTube-User uns hier geschrieben hat von wegen alleine fahren und links und rechts und Maustaste benutzen und alles und das ganze Besteck überhaupt und sowieso. Das machen wir einfach mal. Linke Maustaste, rechte Maustaste. Alter, das rockt ja fett hier. So, hey. Leiste hin. Nein. So. Wo ist er hin? Ah, es explodiert. Ich glaube, da kannst du was aufsammeln, Dr. M. Das ist aber unfreundlich. Da kannst du welches mal aufhören und Sachen oder so. Genau, ja. Kann aber nicht wahr sein. Okay, ich bin gerade überfahren worden. Und Dr. M. ist tot. Nö, nö, schaffe ich. Ah, ich bin ja fest. Zwischendurch mal nachladen, aber ansonsten. Du blöde Königin. Hör ab. Kannst du das Teil noch einsammeln, was hier liegt? Drei, Moment, noch, noch liege ich am Boden. Drei Magazine für eine Koche. Gut, ich habe es eingesammelt. Alles gut hier, alles bestens. Und ich habe die Nummer 6 und da. Okay, sind wir wieder verfahren worden. Schau mal rein. Hängt gut auf die Koche. Sehr schön. So, gibt es sich noch, ja. Ich kann mal mit rein. Da hinten ist wieder der Bang Bass. Oh, nein. Und dann verfolgen wir den Bang Bass hier bei Borderlands 2. Stell dir dich dem mal in den Weg. Wieso? Was meinst du, was da rauskommt? Nee, dass wir anhalten können. Vielleicht hat er schon wieder was Neues oben drauf. Ach nee, das ist der andere, glaube ich. Das ist der mit Also nicht kaputt schießen, sondern anhalten. Ja, kaputt schießen geht gar nicht, wenn ich mich nicht erinnere. Stell ich einfach gestopft. Ist das der? Oder ist das? Nee, den anderen, den Caravan hab ich überfallen. Das ist der Muthaar. Das war schon die zweite Alkoholkisse, die wir runtergeschossen haben. Ich versuche es mal zu zählen, aber okay, alles klar. Nimm wir Flaschen auf. Äh, genau. Hinter uns. Ach, wenn du doch. Es müssten eigentlich inzwischen genug Bierfässer gewesen sein hier. Hm, du müsstest das Quest umschalten, sonst sehen wir es nicht. Weil wir haben ja quasi zwei in einem. Wird das aber nicht trotzdem aktualisiert? Nee, du siehst es auch nicht. Das ist das Problem. Weil, du siehst momentan Moxys, nee, nicht Moxys, sondern, ähm, Ellie's Quest. Ja. Treffen. Jetzt. Ah, geht down. Dankeschön. Wow, gut geflogen. Das ist schon der nächste hier. Ja, fahren wir zu Ellie hinter, bevor wir hier noch in die Luft fliegen. Genau, wir haben nicht mehr viel Energie hier. Oh, das ist vorher nicht schlecht hier, die Ansage. Mit, mit Ansage. Moment, unten. Selbst noch? Nee. Nee. Dass er zurückkommt, wenn nicht, haben wir ein Problem. Dann müssen wir halt laufen. Oder fliegt was. Nee. Da hinten kommt einer angefahren, aber das wäre auch Schnee gekriegen. Nee. Und ich meine grau. Ja. Mir ist so kalt. Ach, das war ganz knapp. Verdammte Angst. Wir werden dematerialisiert und spawnen neu. Genau. Dann würde ich sagen, ich hole noch mal eine Koche und dann geht das los. Na, haben wir immer noch Spawn und rein. Na, die haben wir jetzt die Ornamente schon aufgesammelt? Nee, wir brauchen. wir müssen sie noch platzieren, wie das da drüben schon sagt. Wo bist du denn dort? Hau rin. Ja, ich bin drin, kann losgehen hier. Also, zurück zur Ellie, oder? Badmobil, genau. Badmobil, genau. Auf zum Bad Cave. Ach, du lockst also noch einer. Liegen, achso, die Fässer, genau. Davon haben wir aber hoffentlich jetzt auch schon genug. Na, das war doch mal vorhin, du kennst ja her. Respekt an Dr. Wo ist sie denn eigentlich drin? Ach, hier. Kommt da hier rein? Nein, der kommt nicht hier rein. Achso, dann müssen wir die platzieren. Alles klar, dann platzieren wir. Mach ich auch noch. Ja, du hast die noch. Ich guck mal, ob wir hier noch irgendwas zu, zu löten haben. Nein, Murmui. Hey, Ellie, wir haben dir ein Fahrzeug besorgt. Oh, was ist denn das hier? Ein Hologramm, hier ein dickes Hologramm. Noch ein dickes Hologramm. Platzieren. Und platzieren. Wow, das sieht höllisch scharf aus. Genau. Höllisch scharf. Die ist ganz schön von sich überzeugt, hier, die Alibidiane. Ja, ich sage jetzt nicht Hängebrüste. Nein, egal, ich habe es nicht gesagt. Alles gut, hier. Oh, weihabe. So, und wir haben sechs, zwei Ornamente platziert. Noch eins hier oben. Als allgemeine Dienstleistung, die Hassbriefe gehen bitte an. Klaus Klemberger in 011, wie war deine Postleitzahl? Ah. Genau, die Kontaktemail steht übrigens auch in der Channel Beschreibung drin. Also für geschäftliche Anfragen, einfach anschreiben. Genau, falls noch jemand Tastetoren oder Bürostühle sponsern will. Das da sieht gut aus. Und Abschluss der Mission. Sehr schön. Dann, weht mal. Und ihr könnt auch, ähm, gern anschreiben, wenn ihr Klausi buchen wollt, für eure Sprechaufträge. Gar kein Problem, immer zur Stelle, der Klausi. Explosion, Diebstahl und Innenausstattung. Was für ein Tag. Äh, ne, den machen wir jetzt nicht. Und ich bekomme der Afterburner. Der Arschbrenner sozusagen. Boostfähigkeit, Boostladegewinnigkeit, Boostladeverzögerung. Ist aber wirklich nur für die Fahrzeuge. Ah, okay. Ähm, schalten wir jetzt öfters, öfters andere Kastung. Und war das das von Heimvideos? Irgendwas müssen wir noch überschauen. Oder? Wir haben noch der Mann, der ein Check nie werden würde. Warte mal. Der Mann, der Check werden würde und Heimvideos. Dann Heimvideos, denke ich. Genau. Weil Opportunity müssen wir jetzt noch nie denken. Da ist, da ist noch zu viel. Da ist noch zu viel vor uns. Und ich denke, bevor wir uns mit den schwimmeligen Heimvideos von irgendwelchen Leuten auseinandersetzen. Das heißt ja, irgendwelche Leute. Moxie. Mensch. Ja, aber, äh, aber Heimvideos von Moxies, das ist ganz harter Stuff. Ich glaube, das geben wir uns erst in der nächsten Folge. Ganz niedlich ist das. Dann haut drauf und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Macht's gut und tschüss, sagt Klaus Klemberger in den Armen von Ellie. Tschüss. Also einfach ankommentieren, wenn du denkst, dass es losgeht. Nö, nö. Also, du hältst auf mich. Ich muss einfach mal gucken, ob ich... Oh, ich bin schön. Ich bin nur... Die, die roten Kreise auf dem Boden sind quasi dein Hinweis. Ja, ja, schön, das wird dir wieder schön ein schönes Leitenspann. Scheiße, 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 scheiße.